Heute gibt's Döner-Kebab. Und diese Zutaten benötigst du für die Füllung. Fleisch, Kräuter, Salz, Salat, Tomate, Zwiebel, Gurke, Spitzkohl, Joghurt, Pfeffer. Für den Quarköl-Teig bereitest du Mehl, Backpulver, Quark, Ei, Öl, Salz und Wasser vor. Schneide zuerst dein Fleisch in feine Streifen. Mariniere dein Fleisch nun, indem du Kräuter, Öl, Pfeffer und Salz auf das Fleisch gibst. Vermische die Geschmackszutaten der Marinade und das Fleisch gut. Gib nun alle Zutaten für den Quarköl-Teig außer dem Wasser in deine Rührschüssel. Raste den Kniethaken in den Antrieb der Werkzeuge ein. Senke den Schwenkarm ab. Setze den Spritzschutz auf. Stecke den Netzstecker in die Steckdose. Und schalte deine Küchenmaschine ein. Nun gibst du das Wasser noch dazu und lässt den Kniethaken so lange arbeiten, bis ein homogener Teig entstanden ist. Schalte die Maschine aus. Zieh den Netzstecker. Nimm den Spritzschutz ab. Schwenke den Schwenkarm nach oben. Entnehme den Kniethaken. Und schon ist dein Teig fertig. Schalte deinen Backofen auf 180 Grad Ober-Unterhitze. Befeuchte dein Backblech. Lege ein Backpapier auf. Und teile deinen Quarköl-Teig in vier beziehungsweise sechs gleich große Stücke. Du brauchst jetzt etwas Mehl zum Formen der Fladenbrote. Rolle den Teig zu einer Kugel zwischen deinen Handflächen. Leg ihn auf das Blech und drücke ihn mit den Fingern oder der Handfläche flach. Auf die Oberseite kannst du etwas schwarzen Sesam geben. So verfährst du auch mit den restlichen Teigportionen. Sobald du fertig bist, komm dein Blech mit den Teiglingen in den Backofen und wird in 20 bis 30 Minuten goldbraun gebacken. Füll das Joghurt in eine Schüssel. Gib Salz, Pfeffer und Kräuter dazu und vermenge alles gut miteinander. Schneide nun deinen Salat nach dem Waschen in Streifen. Entferne bei der gewaschenen Tomate den Strunk. Halbiere sie unter Verwendung des Tunnelgriffs. Lege die Schnittflächen flach auf dein Schneidebrett. Und schneide die Tomate nun unter Verwendung des Krallengriffs in Ringe. Nimm den Spitzkohl, halbiere ihn, entferne den Strunk und lege ihn mit der Schnittfläche auf dein Brett. Schneide ihn in hauchdünne Streifen. Nimm die gewaschene Gurke, schäle sie und halbiere sie. Leg die Schnittflächen auf dein Schneidebrett und schneide beide Seiten in dünne Scheiben. Bitte achte auf die Verwendung der Sicherheitsgriffe. Nimm die Zwiebel, halbiere sie und schneide Halbringe. Erhitze deine Pfanne nun trocken. Hat sie die richtige Temperatur, gib das Fleisch zu und brate es von allen Seiten gut an. Vergiss nicht, das Fleisch immer wieder umzurühren, damit es wirklich von allen Seiten gebräunt wird. Ich empfehle dir, Schaltstufe 9 zu wählen. Solltest du die gesamte Fleischmenge auf einmal in deine Pfanne geben, so kann das Wasser gut verdampfen und das Fleisch erhält genau die richtige Bräunung. Füll das fertige Fleisch in eine Schüssel ab und nun kannst du deinen Döner belegen. Guten Appetit!